Eine kurze Information für die Benutzer des L-Web. Wir sind hier in Zweibrücken am Parkhaus Halbplatz. Das ist sehr zentral gelegen, in der Stadtmitte fast schon. Eine Ecke rum, da ist man in der Fußgängerzone. Und hier hat die Stadt Zweibrücken für die Fahrer von Elektroautos eine Elektro-Tankstelle erstellt. Die kann einfach über Telefon abgefragt werden. Allerdings muss beim Handy dann die Rufnummern-Kennung aktiviert sein, weil die Tankstelle sowohl an- als auch abgeschaltet werden kann über Handy. Deshalb muss die Nummer mit eingeschaltet sein, die Rufnummern. Lass ich euch jetzt mal hier drauf gucken. Das Ganze ist kostenlos, wie der Ewald eben gesagt hat. Funktioniert wunderbar. Nach Anruf geht dann die Klappe auf und man kann sich einstecken. Nix mit Karte, nix mit Chip, nix mit sonstigem Schnickschnack. Ist eigentlich wirklich sehr gut gelöst. Vorhanden sind hier zwei Schuko-Anschlüsse, was dann für die City EL in jedem Fall ausreichend ist. Also wie gesagt, zwei Brücken am Parkhaus Halbplatz.